Keine Kohle, kein Atom, dezentraler Ökostrom! Richtig, die Große Koalition hat sich dazu bekannt, wir wollen den Atomausstieg umsetzen, aber irgendwie sind immer noch neun Atomkraftwerke am Netz und daran will die Große Koalition irgendwie überhaupt nichts ändern. Die will jetzt in ihrer Legislaturperiode, wenn es gut geht, ein Atomkraftwerk, ein einziges AKW vom Netz nehmen und den Rest lässt sie einfach weiterlaufen. Dabei sind die Dinger doch immer noch gefährlich, es ist ja nicht so, dass sie weniger gefährlich sind, im Gegenteil, die werden ja jeden Tag älter und baufälliger und gefährlicher. Aber was macht die Koalition? Anstatt sie abzuschalten, weitet sie einfach die Evakuierungszonen aus und sagt, wir bekennten uns zum Atomausstieg. Also echt, ihr bekennt euch zum Atomausstieg, aber gleichzeitig lasst ihr die AKWs laufen und gleichzeitig sorgt ihr dafür, dass Deutschland auch in vier Jahren immer noch der zweitgrößte Atomstromproduzent in der EU ist. Und das nennt ihr Atomausstieg? Ehrlich, ihr redet doch immer nur vom Atomausstieg in eurer Koalition. Ihr redet vom Atomausstieg, um uns ruhig zu stellen, aber gleichzeitig lasst ihr die AKWs weiterlaufen und die Atommüllberge wachsen und wachsen und wachsen. Das ist kein Atomausstieg, echt nicht. Und das Beste finde ich, ihr redet vom Atomausstieg, ihr behauptet, wir bekennen uns zum Atomausstieg, aber dann lasst ihr nicht nur die AKWs laufen, sondern dann subventioniert ihr auch noch die Atomkonzerne mit Milliarden, weil ihr jetzt in eurem Koalitionsvertrag die Brennelementesteuer wieder aufhebt. Das leitet doch kein Atomausstieg. Und bitte, wie war das mit der Energiewende, zu der ihr euch auch bekennt im Koalitionsvertrag? Was ist denn das für eine Energiewende, wenn ihr als allererstes mal die erneuerbaren Energien deckelt und wenn ihr als erstes mal die Windkraft an Land abwirkt und wenn ihr mit euren Kapazitätsmechanismen dafür sorgt, dass die Kohlekraftwerke noch in Jahrzehnten laufen? Leute, das ist doch keine Energiewende, das ist das absolute Gegenteil von Energiewende. Oder auch so ein schönes Beispiel, die Energiewende, von denen die großen vier Energiekonzerne immer reden. Die RWEs und Wattenpfalz und ENBW und E.ON, die nutzen ja gerade jede Bühne, die sie finden, um zu sagen, wir machen die Energiewende. Wir machen die Energiewende, aber dann schalten sie reihenweise die Gaskraftwerke ab und ihre Atomkraftwerke laufen einfach weiter. Und das nennen sie dann Energiewende. Oder sie sagen, wir machen Energiewende und gleichzeitig kämpfen sie aber mit allen Mitteln, um ihre Kohlekraftwerke zu retten. Und das nennen sie Energiewende. Ihr behauptet, ihr Energiekonzerne, ihr wollt die Energiewende und gleichzeitig führt ihr mit eurer Strompreiskampagne eine derart erbitterte und beispiellose Kampagne gegen die erneuerbaren Energien und wollt uns gleichzeitig weismachen, ihr wollt die Energiewende? Echt Leute, hört auf uns dauernd Sand in die Augen zu streuen, wir glauben euch das nicht. Ihr wollt nicht die Energiewende, ihr macht nicht die Energiewende, wir machen die Energiewende. Während die Energiekonzerne nämlich alles tun, um die Energiewende zu verhindern, machen wir, so ganz normale Leute, wir machen die Energiewende. Bürgerinitiativen oder Genossenschaften oder so, jeder von uns hier so ein bisschen. Weil wir machen die Energiewende. Oder hat schon mal jemand was von der Bürgerinitiative gehört, die ein Atomkraftwerk gebaut hat? Eben, ja, aber Bürgersolaranlagen und Bürgerventräder und sowas, das kennt jeder. Und damit machen wir Energiewende und übrigens nicht, weil wir uns damit dumm und dämlich verdienen wollen oder wollen wir das große Geld wittern, sondern wir machen Energiewende, weil wir längst verstanden haben, dass die erneuerbaren Energien einfach der einzige vernünftige und sinnvolle Weg sind, wie wir Energie produzieren können, ohne die Lebensgrundlagen von den nächsten 20 Generationen zu ruinieren. Deswegen machen wir Energiewende. Deswegen machen wir Energiewende und übrigens machen wir das schon ein bisschen länger. Die ersten Bürgerwindräder gab es schon oder kleine Windräder, die aufgestellt wurden. Da haben unsere Freunde von den Energiekonzernen noch mit dem Brustton der Überzeugung behauptet, die erneuerbaren Energien werden niemals, auch langfristig, nie mehr als 4% der Energieversorgung decken können. Und wo sind wir heute? Heute haben wir viel mehr Strom aus Erneuerbaren im Netz als Atomstrom. Und Leute, das ist unser Verdienst und nicht der der Energiekonzernen. Aber ganz ehrlich, genau die Situation, dass wir jetzt so viel Erneuerbare im Netz haben, genau das macht es ja so bedrohlich für die Energiekonzerne jetzt im Moment. Durch den vielen erneuerbaren Strom wird der Atomstrom schlicht und ergreifend überflüssig. Wir brauchen die AKWs einfach nicht mehr. Und plötzlich belächeln die uns, die Energiekonzerne, mit unseren kleinen Solaranlagen nicht mehr, sondern plötzlich sind wir richtig knallharte Konkurrenz. Jede von unseren kleinen Solaranlagen macht die AKWs weniger nötig. Jede Solaranlage macht die überflüssiger. Und deswegen ist es eigentlich überhaupt kein Wunder, dass sie gerade so sturmlaufen, dass sie auf die Barrikaden gehen und mit allen Mitteln versuchen, die Energiewende zu verhindern, zu verhindern, weil denen einfach ihr Geschäftsmodell flöten geht. Die merken einfach langsam, aber sicher, verdammt, das war es wohl offenbar mit der Atomkraft. Wir haben da keine Chance mehr. Und da, ganz ehrlich, könnt ihr euren Konzernzentralen auch toben und wüten und euch auf den Kopf stellen, aber ihr werdet es nicht ändern können. Ihr werdet es nicht verhindern können, ihr werdet uns nicht aufhalten können und ihr könnt die Energiewende nicht aufhalten. Die ist längst da. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ihr mit euren alten Kraftwerken einfach endgültig Geschichte sind. Leute, begreift jetzt endlich ihr RWEs und Vattenfalls. Es hat sich ausgeschnallt, ein für allemal. Und die Zukunft gehört nicht euch mit euren dreckigen Kraftwerken, sondern sie gehört uns und den erneuerbaren Energien. Und eins muss ich ganz kurz noch sagen. Also, vielleicht versteht ihr das, ich verstehe das einfach nicht. Wie ihr, die RWEs und Vattenfalls, wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, dass wir euch eure Geschichten glauben würden? Wie kommt denn ihr darauf, dass wir uns jetzt auch einschüchtern lassen davon, was ihr da erzählt? Also, hallo, könnt ihr euch irgendwie erinnern? Vor drei Jahren, da wolltet ihr Laufzeitverlängerung durchsetzen? Wie war nochmal das Ende vermied? Wir haben euch eine ganze Reihe gleich von euren Atomkraftwerken mal so eben abgeschaltet. Und jetzt glaubt ihr einfach, wir geben auf oder wir ziehen den Kopf ein oder sie? Nee, also, hallo? Leute, egal, wie viel ihr redet da mit euren Strompreisflügen, egal, wie viel ihr erzählt, ihr könnt uns nicht einnullen, ihr könnt uns nicht aufhalten und ihr werdet uns nicht los. Ihr werdet uns nicht los, so lange, bis wir 100% erneuerbar haben. Ihr werdet uns nicht los, bis endlich Schluss ist mit der Kohlekraft. Und vor allem werdet ihr uns nicht los, bis endlich das letzte AKW vom Netz ist. Keine Kohle, kein Atom, dezentraler Ökostrom.